Hallo ihr Lieben, heute ist der Tag der Tage. Ich bringe nämlich endlich Struktur in meinen YouTube-Kanal und übernehme das komplette Zeitmanagement für euch, für die perfekte Rückbildung. Ich dachte nämlich immer, mein Part ist es nur, hochwertigen Content zu erstellen, rund um das Thema Schwangerschaft, Rückbildung und postnatales Training. Ihr habt mich aber auf jeden Fall eines Besseren belehrt durch eure zahlreichen Nachrichten. Mein Instagram-Postfach quillt nämlich über mit Nachrichten von euch und die lauten alle ungefähr wie folgt. Liebe Kaya, ich bin x-Wochen-Postpartum, mit welchem Video darf ich jetzt starten? Also die größte Frage ist, wann welches Video für die perfekte Rückbildung? Und dann habe ich jetzt wochenlang hin und her überlegt, was ist die beste Lösung für euch? Und ich Schlau-Fuchs bin natürlich auf eine richtig gute Lösung gekommen. Ich habe für euch ein E-Book kreiert mit Trainingsplänen, super leckeren und gesunden Rezepten und wichtigen Tipps und Tricks. Und dieses E-Book habe ich in drei Phasen eingeteilt. Einmal Wochenbett, Rückbildung und postnatales Training. Es gibt zwei Wochen Trainingspläne fürs Wochenbett, nur mit Meditation und Stretchings von einem ganz sanften Einstieg. Dann sechs Wochen Trainingspläne für die Rückbildung. Wir stärken den Beckenboden, schließen direkt aus Diastase und bauen Tiefenmuskulatur auf. Und dann folgen acht Wochen Trainingspläne fürs postnatale Training. Und da wird es schon richtig schön sportlich, damit ihr auf richtig gesundem und liebevollem Weg zu dem Körper kommt, den ihr euch wünscht. Und die Trainingspläne könnt ihr euch einfach ausdrucken, an die Wand hängen und jeden Tag abhaken. Also ihr wisst ganz genau, an welchem Tag welches Workout. Easy peasy, oder? Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, oh mein Gott, ich brauche dieses E-Book, wo kriege ich das? Hier unten verlinkt für euch.